Moin, willkommen zu einem neuen Video zum Browserspiel O-Game aus dem Universum La Certa. Und wir haben jetzt die 45. Woche und man sieht, ich habe nicht die 10 Millionen verbaute Punkte überschritten. Aber das hat einen Grund, das sage ich euch gleich nachher. So, also, so schaut das aus. Ich habe hier ein bisschen Ressourcen rumliegen auf meinem Mond, habe die Lebensform ein bisschen ausgebaut. Das kann man hier sehen. T3-2 ist jetzt quasi überall auf 8 durch. T3-3 bin ich jetzt bei. Die anderen sind auch schon ausgebaut. Ich könnte die ja auslösen, wenn ich denn genug Artefakte hätte. Also, da bin ich dabei, jetzt jede Nacht wieder 50 Erkundungsflügel zu machen, um so dann eben die Artefakte zusammenzukriegen, um hier das dann auszuwählen. So ist das nun mal. Des Weiteren hat sich da so nichts weiter getan. Das sieht weiterhin so aus. Also, 44, 35, 37, kein Problem. Aber, wie man sehen kann, eben die Lebensformen habe ich ein bisschen gepusht in letzter Zeit. Ebenso kann man auch sehen, dass hier die Flotte ein bisschen geschrumpft ist. Das kommen wir gleich zu. Also, bei den Planeten sieht das jetzt so aus. Obwohl, das hatten wir ja gerade auch in der Übersicht gesehen. Hier 69, 67, 17 und so weiter und so fort. 10, 14 habe ich jetzt kürzlich gemacht und auch 3, 11. Das ist wie, ja, wie in meiner Vorlage so dargestellt. Habe ich jetzt nicht rausgesucht für den Stream, aber egal. Ist wie in der Vorlage so. Und deswegen würde jetzt das auch weitergehen. Hier mit 70 und so weiter, dass ich die jetzt wieder erhöhe. Ich habe da ein bisschen Ressourcen zu. Wie gesagt, 900 Millionen, Chris, ist jetzt nicht viel. Na gut, okay. Könnte ich auf jeden Fall da schon mal ein Level auf jeden Fall durchziehen. Vielleicht auch zwei Level, weil die müssen dann hinterher gezogen werden. Ja gut, okay. Also, das wird ein bisschen, ja, was bringen. Die Behausung und auch die Nahrung dann dort auszubauen. Ja, meine Flotte, also ich meine, die kann ja jetzt zeigen, das ist ja jetzt wurscht, ähm, die sieht jetzt so aus seit gestern Abend. Ziemlich mickrig. Ich ziehe hier noch ein bisschen was zusammen, aber ziemlich mickrig trotzdem, da alles andere hier, ja, weg ist. Bis auf der Safe RIP, äh, die Transen und auch dann eben die Recycler und Spiosonde. Die habe ich gestern nicht geschrottet. Denn ab letzte Woche Montag, nee, oder diese Woche Montag, geht das Deut auch in die Trümmerfelder mit rein, wenn man geschrottet wird. Das haben wir gestern ausgenutzt und haben dann, sagen wir mal, diesen Kampfbericht dann, ja, ähm, zustande gebracht, wo man sehen kann, ich zeige jetzt nicht die Angreifer, ich zeige auch nicht, womit die angegriffen haben, aber hier kann man sehen, so war meine Flotte vorher. Naja, 2.500 Schlachtschiffe, 14.000 Bomber, 9.000 Zerstörer, Schlachtkreuzer 13.000, Kreuzer 35.000. Das ist jetzt nicht so viel, wie ich beim letzten großen Schrotten, beim Schrott, ähm, Händler geschrottet habe, aber ich bekomme hier ja auch 80% Trümmerfeld und ich kriege auch noch ein Wrackfeld. Das kriege ich auch noch. Das Wrackfeld müsste eigentlich hier sein. Mal gucken, ob wir das irgendwie angucken können. Abholung, Details, mal gucken, ob die, ja, geht noch nicht. Anscheinend ist es wohl, ja, hier, das, ja, das sind die Details, was die, äh, was das Raum-Doc mir noch wieder zusammenbastelt, ne, Schiffe wieder in Dienst stellen. Okay. Flop, haben wir in Dienst gestellt. Und da wollen wir mal gucken, was wir hier so haben. Ja, das ist das, was jetzt so übrig geblieben ist. Das ist quasi, ich sag jetzt nur so das Maximum, was man halt aus so einer Schrottung rausholen kann. 80% ins TF, inklusive Deut jetzt neuerdings. Und eben das Wrackfeld auch noch nutzen. Das heißt, mich umfliegen lassen. Das geht jetzt wieder zurück in die normale Flotte. Und somit wird dann das wieder ein bisschen gesammelt. Bis zum nächsten Mal. Wir machen das mit dem Sprungtor. Springen da gar nicht hin. Und dann war's das. Ja, also ich hab jetzt vor, so ein bisschen mehr in die Lebensformforschung was rein zu buttern, die ganzen Ressourcen. Man kann hier sehen, das ist eigentlich alles aktuell, wie gesagt. Und hier hinten jetzt auch vier, beziehungsweise die sind jetzt alle so dran, so ein bisschen auszubauen. Hier vorne T3-6 wird natürlich richtig viel kosten. Und ich bin auch am überlegen, ob ich meine Nannis dafür nochmal einmal ausbauen. Die sind jetzt alle auf 8, beziehungsweise auf dem Planeten hier auf 9, glaube ich. Aber ich denke mal, auf 9 zu erhöhen wäre gar nicht so doof. Mein Schaden kann's nicht. Auch für die Minen, die dann später kommen. Also für die 45er und höher. Das dauert dann noch schon ein bisschen. Also kann es nicht schaden, das so ein bisschen auszubauen. Ich hab jetzt in letzter Zeit nicht mehr hier in die Sensortechnik investiert, sondern die Transen hier so ausgebildet. Denn die Transporter haben jetzt fast eine Ladekapazität von fast 100.000 Ressourcen. Ich will die noch auf 100.000 bringen, einfach um es zu haben. Und deswegen wird das ganz normal weitergehen. Aber ich werde jetzt mit den ganzen Ressourcen, die ich halt aus dem aus der Schrottung der Schrotte bekommen habe Schrottung der Flotte nicht Schrottung bekommen habe will ich da natürlich dann auch wiederum sagen wir mal ein bisschen was in Lebensform reinbuttern. Das wird Zeit. Das ist jetzt meine Mini-Flotte hier was ich gerade aus dem Wrackfeld geholt habe und was halt noch ja jetzt von gestern bis heute in den Expo Flotten Missionen zusammengekommen ist und das schaut jetzt so aus. Ja, also mehr gibt es im Moment jetzt so nicht zu sagen. Wie gesagt es geht voran. Deswegen jetzt erstmal keine 10.000 10.000 Punkte aber ich habe halt viel verbaut. Deswegen haut das schon so hin. Man verbaut ja dann die Ressourcen wieder. und Punkte verloren. Punkte kommen dazu. Das ist immer so ein Hin und Her. Deswegen werde ich demnächst wohl ein paar Punkte wieder mehr haben. Außerdem ist meine Plasma-Technik ja auch in zwei Wochen drei Tage durch. Vielleicht ich bin da am Überlegen die durchzuklicken also zu erwenden der auf halbe ist dann fertig zu stellen. Das Problem ist bloß im Moment habe ich nicht so viel weil wir haben wieder Belohnung. Hier kann ich auch gleich mal gucken was die Belohnung gibt. Also hier Aufgabe ist immer einloggen. Belohnung nicht vergessen Leute hier gibt es Expo Slots hier gibt es ja gut ich habe die Neutronen genommen was haben wir heute hier drei ja ich nehme Metallbooster hier gibt es nochmal Flotten Slots das ist jetzt nicht so doll aber gut dann haben wir dann haben wir hier vier das ist natürlich ganz cool Geologe und Technokrat nochmal dabei und den Commander und Admiral wird dann natürlich auf den Kommandostab nochmal drauf gerechnet hinten ran und wir haben hier ey Quatsch noch bei fünf da haben wir nochmal Explosionsslot Silber zwei Slots aber leider nur einen das ist ja echt doof Wohnfelder brauche ich nicht hier wird die dunkle Materie erstattet ein bisschen wenn man den Kommandostab hat hier kriegt man die Ressourcenpakete wie häufig wie halt immer eigentlich und hier für die Leute die gerade einen neuen Planeten kolonisiert haben oder sowas kann man wieder einmal das Item wählen für die Klasse wenn man vielleicht zum Beispiel ein paar Crawler nachbauen möchte oder irgendwie sowas das kann man hier auch noch mehr plus ein komplettes Ressourcenpaket also diesmal lohnt sich dass wirklich den Kommandostab zu holen und so schaut das im Moment aus ja also ich muss sagen die Geschichte mit diesem Schloss hier das hat sich echt also echt bezahlt gemacht das ist echt eine coole Sache dass man das einfach anklicken kann dann wird es rot und man schickt dann von seinem was weiß ich jetzt vom Mondhaus die Ressourcen da alle hin das ist schon ganz cool man kann das auch addieren wenn man jetzt mit einem Commander 2-3 Gebäude direkt hintereinander bauen will das habe ich auch gemacht gestern Abend und das funktioniert auch einwandfrei und deswegen also es geht voran jetzt gerade mal wieder einen Platz verloren hier aber auch nur weil da jemand entsperrt wurde mal wieder keine Ahnung der war irgendwie eine Woche gesperrt oder so oder ne muss schon ein bisschen länger her sein aber naja was mich jetzt so ein bisschen ja erstaunt ist dass hier zwischen Top 10 900 um Top 20 da also 400 Millionen Punkte nur Unterschied sind also mal gucken also wir haben so ein paar Leute dabei die so schön im Mittelfeld rumgucken alle so ungefähr gleich das ist wirklich so ein schönes Rennen das sieht aber alles ganz cool aus und wie gesagt ich habe jetzt hier da ordentlich paar Punkte gemacht also besonders mit der Öko habe ich da richtig viele Punkte gemacht also da bin ich echt gut vorangekommen und ich hatte da glaube ich unter 40 Millionen oder so gehabt also die letzten Tage wo ich die ganzen Level für die Behausung und für die Nahrungsversorgung gebaut habe haben mir doch eine ganze Menge dort an Punkten gegeben und dann schauen wir mal wie es weiter geht joa das war es jetzt erstmal soweit wer Lust hat kann heute Nachmittag um 17 Uhr die Saison 29 mit starten ich weiß noch nicht ob ich live dabei bin oder später dazu komme aber mal gucken also wer meine Videos verfolgt weiß worum es geht okay das war es dann erstmal soweit bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge alles in die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal Tschüss zu Hause